alli hallo löhle zurück zur ww weiter geht's räube de burg lieben müssen wir ein paar so hier da so mäßig das ist mir verwirrend manchmal sind die kugel hier unten mal sind sie da oben die einstellen dass sie immer nur unten oder oben sein sollen das nervig ist ein verwirrend also sind unten ist unten manchmal ist oben wenn ich das wüsste einstellen muss schreibt mir kommentare ja ich lese alle kommentare ich antworte auch auf alle kommentare der antwort nicht endlich immer nicht wenigstens antworten gibt dann antwort sich auch nicht verschneiden schreiben ja ich freue mich über jeden kommentar über jeden like über jeden abo wenn ihr da gerne was hinterlassen möchte jetzt gerne immer hilft mir was von weiter und freut mich ja auch auch immer alles was hier sonst noch ein bisschen bräuchte ist alles in der video beschreibung aber jetzt wollen wir hier erstmal noch zwei räuber tötten mal wieder ein bisschen heilen war ja ja er ist gut jetzt tschüss der ist müde der kann nicht mehr als gerne ganz nachts durchgesoffen es ist das müde zum kämpfen es heißt jack in ruhe ich möchte ich muss was mit dem jack vor hatte vielleicht schlachten weil ich nur ich nur acht angst meister angst meister so nicht was soll schön wieder alles alles frisch bei dir an mann 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 der ist das schlecht gelaunt ich weiß nicht was anderes machen außer angst und ab dafür ab durch die mitte ach da ist er ja da ist er ja komm kommst du her soll das renne ich weg von mir ja ich rede mit dir nein 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 ach das blödsinn ein punkt das ende natürlich sofort ist ein bisschen besser kann jetzt fährst du völlig jetzt kann ich das jetzt verdienen können bei zeit von central in den hauptschlitten gegen waren antworten werden wir kommen mal gucken ob jetzt aber schnell eine zusammen bekommen eine gruppe das netz mir zurück zu acht kurschen dem glückspilz der glückspilz mann 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 einfach durchschreiten ach da dahin genau dahin da vorne da da hinter sieben berg bei den sieben zwölf ja noch mal die grundzeilen kann mann machen muss man aber nicht ach ach da mann 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 weike grüße sind das münze des glücksfalls die exhalber acht gestohlen glückspilz ja du auch nicht was verkaufen ach ja schmüchensbedarf egal da kann reparieren und verkaufen weg 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 die behalte ich ja mit futter eine stunde lang zehn kritischen treffer gewalt mit mit alles schon bekannt ich glaube ich auch noch achte die alten stiefel sagt kommst du da unten rein verkaufen kein verkaufspreis ja du auch lebt und lebt vorrätshändler des youtube war es noch lieber ein paar quests lang achte unten wissen das scheiß so ok wenn gleich die folge zu ende ist und wie immer nicht eine einladung bekommen haben dann mag ich es in der nächsten folge fange ich mit der inni an manche war in warte ich auf screen mach aber nix keine quest oder so keine sorge noch ich habe teilweise schadenszahlen hoch mann 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 ist die gut heute auf droge oder so das ist zu weit im fall vielleicht mal stehen noch so ein schamane genau hey was soll das na los komm ich mal dich als nächstes mal ist ja gut ey seit ich mich immer ja immer ja ich ja ich ich ja ich 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 zehn minuten öl anzapfen 8 stunden glücksbrüner das muss ich auch sammeln stimmt ja das muss ich mal hier gucken ob hier noch was ist da war glaube ich nix doch das ist ja was oder? doch ja hehehe ich sehe nicht alles, aber vieles ja von der hinten, ja du hast abnahme oder wie oh, war nur zwei Stück hier ok fehlen noch drei da waren sie noch zwei es läuft ah, es ist noch einer jawolsky noch einer einen letzten glücksbringer jetzt konnte ich zumindest einen sturm nicht machen so ein von denen noch glücksbringer wie fertig die läuft wie ein schnürchen äh, war hier auch noch ach so, ist ja auch okay ei, so ei hier bin ich ja, ich habe mit deinem Kodo oder was ich glaube, zackt auch erledigt haben wir seine ja, können wir abgeben so passt ja gehen wir eben ab dann werde ich auf jeden Fall die nächste Folge mit der INI beginnen du starte INI, na also, keine Sorge ja ja und last but not least nach wir so macht jetzt hier eben eine pause man sehen uns in den nächsten folgen und anfang der inni ist dahin dann schön